Oh, das ist Janas Haus. Wieso hat sie da Lava? Ich wäre da jetzt fast reingefallen, Alter. Ja, weil ich da letztens sie reingeschubst habe. Ja, da wäre ich jetzt auch schon reingefallen. Das ist eine Lebensfalle, die irgendwann dann nicht mehr lebt. Ja, man darf mich nicht in Lava lassen. Das ist nicht so gut. Oh, dann weißt du, was ist die Geschenke? Hier waren die Überreste, die ich gerade noch gefunden habe. Wir waren es nicht. Wollen wir schlafen? Egal. Caro, wir gehen schlafen. Caro, komm. Ich fühle mich jetzt wie neu geboren. Ich finde es nicht so in Ordnung, weil ich habe nicht alles versucht. Weißt du, wenn man jemanden in Minecraft davon abhalten könnte, zu ertrinken, ich hätte es getan. Passt du aber nicht. Ich habe es versucht. Ich habe geguckt, ob ich Sand habe, weil ich den dann über dich gesetzt hätte und dann wäre das Wasser um dich herum weggegangen. Aber dann wäre es sie trotzdem. Ich hatte keinen Sand. Mein Hund, ich habe meinen Hund gefunden. Yay. Yay. Ich bin traurig. Oh, Caro, jetzt hör bitte auf. Kartoffeln. Was? Ich esse gerade eine Kartoffel. Oh, toll. Ketten sind auch aus Kartoffeln. Wollen wir jetzt schlafen? Wollen wir schlafen? Ich schlafen. Ich will ja auch hoffen. So, dann wird langsam mal. Na, ja. 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 Oh, chap. Swoosh. Schnarr. Schnarr. Herrlich. Fühlt sich immer noch wieder geboren. Ja, total. Als wäre es so frisch aufgestanden. Ja, voll erfrisch. So, Leute. Was haben wir jetzt noch vor? Wer ist wo dran? Jetzt erzähl mal ein bisschen. Willi. Bickerei. Du musst mir helfen, Tiere zu holen. Für den Bauernhof. Aber ich habe keine Leinen mehr. Darf ich mitmachen? Ja. Niki hat dich gefunden. Alles klar. Gut, dann. Und ich gehe mit Jenny. Ich tue nur schnell mal in den Winterhaus. Lerne, das ist voll. Darf ich ihn töten? Ja. Aber mein zweites Feld kaputt. Dann nimm dir den Rest deines Schwertes. Es wird reichen. Oh, da liegt was. Habe ich. Was muss ich jetzt machen, Jenny? Kannst du mir Zuckerrohr besorgen? Woher denn? Aus unserer Plantage. Haben wir eine Plantage? Ja. Wo denn? In der Stadt. Bauernhofes. Ach, ja. Das ist das Plantagen-Ding. Ejo? Ach, stimmt. Da steht ja Zuckerrohr. Wir haben noch Schleim. Da können wir uns ja allein machen. Grrrr. Nr. Nein, das darfst du nicht mehr tun. Nr. Nein, darfst du nicht mehr. Okay. Dann gibt es doch keinen Schleifen mehr. Ist ja nicht mehr Lauf. Bäh. Gibt noch anderen. Schnau. Schnau. Nein. Doch. Wenigstens ein bisschen. Na, go. Ja. Schnörr, schnörr, schnörr. Okay, das weiß ich jetzt wieder. Grrrr. Hier, Jenny. Da. 28. Ich hab's ja als erstes gebracht. Ich wollte, dass die jetzt weggenommen ist. Du bist ja immer weggelaufen von mir. Grr. 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 Grrrr. 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 Ich denk mir so, ihr habt bestimmt gesehen, dass ich mich gedruckt hab. Bin hier so rum und bin grad hier so runter gesprungen und nehmt mich so herunter raus. Beste. Besser kanns nicht laufen. So, Jenny, was kann ich noch für dich tun? Ähm... Gute Frage. So, jetzt haben sie's gemacht. Wir helfen mit der Einrichtung. Warte, warte. So. Eki! Da fehlt's noch irgendwas. Ja? Ja, ich helfe dir, Jenny. Die Eki! Eki! Eki? Ich kann grad dich. Doch, komm jetzt. Jetzt haben wir's verblacht. Ich muss, können wir los. Ich muss noch einen Weg bauen. Ein, was fehlt noch das hier? Die Leute mit der Bauarbeiterkleidung müssen zusammenhalten, also jetzt komm her. Ich bin, äh, wo seid ihr denn? Ach du, das ist ein gutes Werk. Ja, wo ist die Bäckerei? Ja, wo ist die Bäckerei? Draußen, ich zeig dir das. Draußen, im Wald, komm ich her. Ja, ganz, ganz weit weg. Weit, weit weg. Niki? Ich hätte jetzt gerne so ein Live-Soundboard, wo die so ein bisschen halt... Glock dran legen kann. Nein. Na? Richtig. Da brauchst du Hilfe? Ja? Okay. Ich werd der Jenny helfen. Okay. Ja. Aber Rocky... Halt, eins zu weit. Dankeschön. Es gibt was, was du tun kannst. Ah nein, warum greifen mich die Hunde schon wieder an? Du hast es gemalt. Warum nehmen wir nicht welche aus der Stadt? Da müssen wir sie nicht irgendwie da hochbringen. Ne, ne, das mach ich schon. Was denn? Wenn ich in mir geht, mach ein Dach. Wer hat Hunde mit lila Halsband? Ich? Da greift einer grad an. Ja, wie soll ich denn bitte so ein Dach machen? Der. Hehehe. Ecki, wer da. Oh! Hi, hi! Schleunig und Frieden! Oh, krass auf. Ich kenn mich doch mit Dächern überhaupt nicht aus. Mann, lass... Schleunig und Fangiel! So, ich bin schon mal drauf. Guck mal, jetzt mag er sich wieder. Wie baue ich denn hier bitte wieder ein Ding ins? Soll ich ihn nochmal hauen? Du machst ein... Nein, holt die andere. Happy. Übergesetzt. Und dann hoch. Oh nein, noch einen Namen. Am besten würde ich sie einfach hier rein. Es ist leider. Ne, was? Warum hast du mich? Ne, klingt hier direkt aus dunklem Holz. Stopp. Nein! Also warte, sodass ich das jetzt verstehe. Ich habe jetzt hier Oakwood. Das ist ja jetzt erstmal gut. Ich baue das so. Und dann so. Und dann immer weiter nach oben. So, jetzt ist es auch da. Äh... Oder kommt das dann von hier in die Richtung? Guck, jetzt mag er dich verstecken. Sowohl als auch. Und hier kommt dann sowas hin. Ja. Kann mir hier noch was malen. Dann geht das hoch. Wir haben Schafe. Dann nehmen wir noch Schafe. Okay, also spitzt es sich oben einfach in der Mitte zusammen. Ja. Ich hab Schafe. Sehr gut, habe ich verstanden. Wird gemacht. Jetzt ist es wieder einfach hoch. Genau. Ich brauche dunkles Holz. Oh, ey, oh. Ich brauche dunkles Holz. Sit. Sit. Hey, du blöde Kuh. Bleib da drin. Nein. Egal, wer denn sterbt. Nimm einfach die Hüte davon. Cool. Siehst du? Nein. Nein. Oh nein. Dein Viecher haut ab. Mach zu, ich hau sie zurück. Es ist so. Das war glaube ich keine so gute Idee. Okay. Ja, die zwei Kübel. Ja, die zwei Kübel. So. Dann kommen wir hier rein. Was kommt in den dritten Platz? Hier kann ich dir helfen. Hühnchen. Willi. Ah, Hühnchen. Ich muss halt hier irgendwie. Ups. Oh. Hühnchen. Hab ich das eingesagt? Ja. Ja. Warte, ich hole euer. Okay. Ähm. Hey. Die müssen wir hier in den Backstube einrichten. Backstube ist Eckis Fachwerk. Also, das hier sind Säcke einmal mit Zucker und mit Weizen. Oder alte Säcke. Geht auch. Die sind oben auf dem Dach. Ich bin nicht auf dem Dach. Achso, ja, weil ich kein alter Sack bin. Stimmt. Natürlich. Ja. Ich brauche dunkles Holz, Caro. Und hier ist dann halt sozusagen wo die Brötchen zu bereiten. Und da ist noch eine Brötchen. Was ist mit dem Dach? Oh, gut. Mhm. Ja, genau. Hallo, Leo. Ähm, da vorne ist so ein Verkaufschingsbagger. Ja. Wir sind in der Bäckerei, nicht bei Meckers. Okay, dann hätte ich gerne einmal Pommes. Ich wäre das hier aber noch cool, hier so eine Glaswand zu machen, dass die Kunden halt reingucken können, dass es aber halt ein bisschen abgeschottet ist von dem Offen. Ja. Ja. Zumindest hat das unser Bäcker so. Nein, nein. Du kriegst ja gar nicht. Boah, frisch zubereitet worden ist. Dann können die Kunden halt so gucken und dann... Oh Gott! Oh, danke. Ich habe jetzt... Weil ich glaube ich komme. Nein, du sagst nicht. Gibt ja nichts. Was denn? Nein, Ambuss. Oh. In der Schmiede. Ja. Ja genau, den haben ein paar Leute vorgeschlagen. Mach ich. Ja, Nemesis der Gliederfüster 3 bringt doch was. Die Hühnchen kommen hier hin. Und? Also hier, den Stein. Ah, okay. Am externen Auslauf. Ich habe noch mehr. Hallo? Ich bin ausgerutscht. Ja genau. Mhm. Hahaha. Lustig. Oh Mann, ist die wieder lustig heute. Ich könnte kurz... So, das sind unsere Chickenpots. Chickenpotsen. Geil. Ah! Ich bin runtergefallen. Sollte auch für einen Hunger zu machen. Sehr gut. Gott. Ah. Leo. Ja. Das ist nicht ausgerutscht, du Gott. Ne, da oben ist auch nicht ausgerutscht. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich will nicht sterben. Hey. Listen. Hey. 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 Das war so klar. Warum ist so oben nicht ausgeleuchtet? Das waren ja locker 10.000 Zombies. Ne, ne. Waren weniger. Ja, aber 10. Bämse. Kannst du dich bitte um dein eigenes Problem kümmern? Ja, ich bin unterwegs. Wie? Aber du kommst jetzt nicht hier hoch, oder? Nein. Okay. Wohl. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Letzte Schuhe. So. Oh, ich hasse dich ja. Ey, das gibt's doch nicht. Ich brech den Bau ab. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da ist ja auch ein Creeper. Oh, ne. Nicht wieder. Ja. Ausrasten. Rocky, nicht sofort aufgeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin aber jemand, der schnell aufgibt. Nein. Du schaffst das. Deswegen stehe ich auch nicht jedes League of Legends Match bis zum Schluss. Wow. Ja, ich bin schon ein ganz harter Typ. Können wir bitte schlafen gehen? Ich hab Angst. Ja, das wär gut. Oh. Oh. Oh, Leon. Oh. 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 Oh Gott. Ich geh ins Bett. Komm mit, Caro. Nö. 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 Oh Gott. Los. Lass die Dinger da oben. Okay. Da ist ein Creeper genau vor der Treppe. Was soll man die aus Holz machen? Oder lieber offen lassen? Die Treppe. Weiter. Weil so haben wir jetzt schon. Ja, das geht. Gut, dann haben die hier den Verkaufsraum. Ich liege. Geh nicht. Ach, ernsthaft. Hab ich ihn. Nein. Was denn? Er liegt. Achso. Ich erliege. Hallo. Hallo. Sag Bescheid, wenn Tag ist. Ja. Schnell. Ja, 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 ja. Kein Geheißler. Ja, nicht auf mir rumtanzen. Ui. Oh, okay. Oh, Leo. Ich wäre so oder so gestoppt. Nein, Leo hat das mal wieder gehabt. Sind wir da? Nein, jetzt. Jetzt sind wir da. Tag, Tag, Tag. Wow, danke Caro. Bitte. Direkt vor der Nase. So muss das. Tag, 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 Tag. Tag, 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 Tag. Warum habe ich 13 Türen? Tag, Tag. Das sind meine. Oh. Wieso hast du 13 Türen. Ey, die kann man doch immer gebrauchen. Was ist denn hier passiert? Ja, da bin ich gestorben. Wow. Nee, warum ist das so kahl hier? Ach so. Das hat das Ganze wirklich jetzt mit kahl zu tun, bitte. Was weiß ich? Das tötet Menschen. Oh, äh, boah. Das, äh, wusste ich nicht. Ich hatte heiße Haare Hände. Wo bist du, Leo? Ich bin wieder da, wo ich immer bin. Das sind einfach so Klassiker, die bestimmt... Ich sag mal so... 70 oder 80 Prozent der Leute, die das Video hier gucken, nicht verstehen. Ich kenn's.